Wer kennt diesen Fußballprofi und Influencer? Natürlich, Nader El Jindawi. Vor zwei Jahren spielte der jetzt 27-Jährige noch beim Berliner AK in der Regionalliga Nordost und erzielte dort solche Tore. Im Sommer 2022 wechselte El Jindawi zu Hertha BSC und begann dort in der zweiten Mannschaft. Mittlerweile hat er sich bis in die erste Mannschaft hochgespielt und hat gestern Abend im Pokalspiel gegen den HSV sogar einen Elfmeter verwandelt. Respekt für diese Leistung.